Abgeschoben und Vergessen Ihr habt mich gerade erwischt in einem Kampf mit einem Wolf Ach du Scheiße Hier mal wieder eine knackige Runde Fortnite Und ich habe mir einfach überlegt mal dieses Video mit ein bisschen mehr Action-Story zu verbinden Ich kann meine Mutter nicht mehr leiden Wie auch immer hat halt diesen Virus dann haben sich auf einmal tausende Fenster geöffnet Und die Ironie an dieser Sache ist einfach, dass ich mein Dass es gut war, dass ich diesen Virus bekommen habe Weil durch diesen Virus habe ich mein PC neu formatiert Und durch diese Sache kann ich jetzt einfach besser zocken Also ich habe seit neuestem auch nicht mehr 4 RAM, sondern 8 RAM Und meine Grafikkarte läuft definitiv besser als vorhin Also hat mir dieser kleine Kinder-Porno-Virus ganz gut getan Ansonsten, was mache ich so in meinem Leben? Ich gehe in den Wald Ich gehe in den Wald meditieren Gehe ins Fitnessstudio, um zu wichsen Gehe in die Dönerbude, um mir den Penis einzuklemmen Also ich habe auf jeden Fall schon so meine Standardbeschäftigungen im Leben gefunden Und die ganzen Sachen will ich auf jeden Fall weitermachen Zum Beispiel habe ich mir auch überlegt demnächst einfach mal Mir eine Giraffe zu kaufen Auf jeden Fall will ich diverse Dinge in meinem Leben noch erreichen, bevor ich sterbe Ich weiß nicht, ob ihr den Film Fluch der Karibik kennt Das war so mein Klassiker, als ich klein war Und das Heftige ist an diesem Film Also die fahren jetzt nicht Autos oder so eine Scheiße Also die fahren da echt so mit großen Schiffen Und das Schöne an der Sache ist halt, dass du Ja? Piep, 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 piep Piep, 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 piep Alles ok, Antonio? Piep, 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 piep Piep, 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 piep Beantworte doch Piep, 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 piep Ja, was ist denn? Piep, 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 piep Hier schlag dir Following an die Fresse an was ist? Piep, piep, piep Ja, biep, biep, deine Mutter.